Let's go! Ich hab keine Ahnung, wo wir hinfahren. Aber wir spannen es einfach um die Insel. Ich bin nur der Beifahrer, weil das ist so rechts fahren. Oder fahren wir nach links fahren? Das ist ein Bad, das wirst du mal fahren, aber... Wir können es spannen. Das ist ein Bad. Oh ne! Urge ist einfach. Wir können es nicht um den Buket. Buket Center. Buket Center. Oder den Center Tor. Wir gehen weiter. Musik 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 Was ist das? Das ist nichts Es ist nichts Das ist so Jetzt haben wir voll gedankt Das ist praktisch, können wir einfach gedankt führen Einmal voll danken und gesagt, danke, tschau Was haben wir jetzt gedacht, sich von der Hände? Aber wir haben genug, dass wir über den Insel kommen. Und hier gibt es noch was, es ist auch ein Drittel. Ein Drittel. Und der Drittel ist noch ein Drittel. Was ist ein Drittel? Wir hören nicht an den Drittel. Es ist ein Drittel, ein Drittel. Die Drittel ist auch ein Drittel. Die Gangster-Music ist schon bei der Backlust. Wir haben sogar schon gesehen. Haben wir die Einparkfähigkeiten zusammen? Was hast du dir gesagt? Central Phuket. So was wie eine große Plus-City. Vier-Stöckig. Jetzt gehen wir einfach mal eine Runde. Oh, da gibt es so viele Sachen. Are you hungry? Are you hungry? No hungry. Eat later? We will eat later? Ein bisschen später was. Jetzt suchen wir einen Kaffee. Du weißt schon, was ist. Spezialisten. Jetzt hat es mir einen Kaffee gegeben. Ich habe einen Cappuccino und etwas dazu essen. Und jetzt, keine Ahnung, fahren wir irgendwo hin, wo es ein Boot gibt. Und mit dem Boot fahren wir dann auf irgendeine Insel. So. So, wir sind jetzt an der Chalong Bay. Fahren wir jetzt da runter mit dem Boot. Jetzt gibt es erst noch Kokosnuss. Just a moment. Thank you. Okay. So, ab. Schauen wir mal, ob wir so ein Boot gehen oder kein. Weiters. Dann bringen wir jetzt zu meinem Stegtiere. Dann bringen wir jetzt zu meinem Stegtiere. Schauen wir mal, ob wir da oben finden können, dass wir das Handy runterfällt. 3? 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 7. 6. 10. 10. 11. 10. 10. 12. 11. 11. Schauen wir mal zur Insel, es ist cool, hey! Schauen wir mal, was du zum Stich bringst, wo der Oberschwein wir müssen. Aber was soll ich noch sehen? Was ist denn ein Hund mit? Das ist Ihr Service. Thai Food, Reis, Squid and Ananas, go ahead. Das ist ein gutes Essen. Beautiful. Schön war es. Jetzt geht es wieder ein bisschen Umweg zurück nach Phuket. Und die gute Boote da. Das ist ein gutes Essen. 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 Und da sind wir wieder.